Grüß Gott zusammen, ich bin's, der Fabian. Ihr kennt mich alle, oder auch nicht, ich weiß es nicht ganz genau, aber bestimmt habt ihr schon ein paar Filme von mir gesehen. Ich hab bei ganz vielen mitgespielt, wie zum Beispiel, ihr wisst schon, genau bei denen war ich drin. Ich hab das auch noch nicht gesehen, aber ihr bestimmt schon. Ich hab ein kleines Problem, also ein ganz kleines Problem im Gegensatz zu euch. Ihr habt ein größeres, ein ganz großes Problem und zwar diese Spastis, ja diese frische halt, diese Außenseiter, genau, diese Außenseiter. Die sind von uns gegangen, also die sind noch da, aber nicht mehr hier. Und die sind jetzt einfach weg und kommen nie wieder. Ich bin glücklich um mein Leben. Das ist doch ein Problem für euch, aber das juckt mich kein bisschen. Naja, das ist schon traurig. Wir haben ja auch einen Zettel hinterlassen, auf dem sie draufgeschrieben haben, warum sie nicht mehr die ganze Show hier machen. Der größte Punkt von dem ganzen Wisch ist die Haters. Ihr habt's geschafft, ihr habt's nicht fertig gemacht, über die ganzen schlechten Kommentare. Ist ja auch die Wahrheit im Prinzip. Der zweite Punkt war, dass sie depressiv sind. Ist zwar hart, aber ist die Realität. Sind halt Außenseiter. Ähm, der dritte Punkt war, dass sie dachten, sie wurden verfolgt. Von wem auch immer. Ich denk mal eher von dem Spiegelbild oder von sich selbst oder der eine hat den anderen verfolgt, wie so kleine Kinder halt. Und deswegen dachte ich mir, dass ich mal anfange mit der ganzen Geschichte hier und mal den ganzen Laden in Schwung bringen. Ich möchte meinen ersten Clip starten jetzt bei euch, der witzig wird. Und ich hab dafür zwei Assistenten. Loch und Arsch. Die sind meine zwei besten Freunde. Mehr oder weniger. Ich will euch zeigen, wie man zum ersten Mal so richtig schön raucht mit einer Zigarette. Und das ist Arsch. Der witzig schön. Der hat mir jetzt hier rettet. Und Loch, die musste mir eigentlich vorher bringen. Ja, das ist beim ersten Mal immer schwer. Aber naja, man gibt's am Bestes. Und das nächste Mal wird's besser. Also das ist jetzt schiefgelaufen ein bisschen. So, mein zweites Video habe ich jetzt vorbereitet. Und das soll ein extrem schwerer Trick werden. Das kann nicht jeder, sag ich euch. Auf jeden Fall ist es nicht so leicht nachzumachen. Das ist hier mit dem Wasserkocher. Schau mal, der ist extrem außergewöhnlich. Du müsst gut aufpassen, sonst gut aufpassen. Licht ein. Licht aus. Licht ein. Licht aus. Und mein drittes Video wird heißen... April, April. April, April. Das sind doch nicht deine Haare. Die hast du mir nachgemacht. Die hast du mir nachgemacht. Die hast du mir nachgemacht. Ein Licht? Echt? Soll es werden? Ich weiß nicht, das hat... Das erinnert mich voll an meine Kindheit. Deine Kindheit muss grauen an dir. Was für eine Kirche? Ich glaube, dieser Kopf würde besser zu dir passen. Nein, warte, ich glaube, dieser Kopf würde besser zu ihm passen. Das meine ich doch! Ja, das habe ich gesagt. Obwohl. Das ist mit der Woll gewaschen. Das ist gegenseitig streichend. Gilt das Schwule raus? Jetzt kommt wieder zurück. Warum streichen die sich? Also sich lieben. Heißmann. Nein, weil es einfach ein deutsches Gefühl ist. Du verstehst es. Das macht voll Spaß. Mach mit! Nein! Nein! Komm, mach mit! Nein! Nein! Es macht voll Spaß! Nein! Bitte! Was ist das für eine Frise? Was ist das? Es war hübscher! Es ist die Maske! Ja, die Maske ist schuld! Die Maske ist schuld, genau wie bei Sido. Das war alles die Maske. Fünfzehn! Was wirst du tun? Fabian! Was machst du jetzt? Fabian! Du bist ja nicht willkommen! Fabian! Ich mach jetzt! Details! Ich kann es nicht. Dann mach ein Andermich weh! Mach es! Ich kann nichts marrying! Kannst du nicht? Ja.. Chica! 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 Nein! Naja nicht. Schau mal an, hier ist das Huhn und ich bin die Gorilla Mann. Da ist nichts Feindliches dabei! Der Gorilla... Bitte! Also... Das ist Deutschland 16! Er ist der Gorilla? Ich bin das Huhn. Okay, okay, okay. Du bist ein Gorilla, Fabian. Du hast ein Glas, Fabian. Nur steht hier ein Fabian. Ich wurde unterbrochen, Fabian. Alles nur wegen Fabian. Das ist mein Fuß. Also, er hätte gerne einen Fuß. Ich habe ihn nicht. So groß ist Dimas Fuß. Das ist die Größe von dem, was du in der Hose trägst. Das ist... Ja, okay. Ich glaube, ich bin ein anonymer Alkoholiker. Ich glaube, du bist jetzt nicht mehr anonymen. Ich habe kein Bock mehr. Fabian! Können wir gleich aufhören? Fabian! Das ist echt anstrengend mit euch zwei. Fabian! Papa ist zurück, ich bin besorgen, Papa! Also dann gute Nacht, gell? Fabian! Und jetzt gehen wir alle nach Hause. Jetzt! Du hast meine Haare rausgerissen. Komm, wir gehen jetzt. Meine Haare? Du hast meine Haare rausgerissen. Komm. Wie ist das geschehen? Ich weiß es nicht. Ich sag zu oft M und das gefällt mir nicht. Deswegen gehe ich mal raus und komm mal rein. Die Außenseite. Bei mir ist jetzt... Ich habe keine Ahnung, was ich gerade sage. Ich fange einfach nur rein. Du bist die Kamera. Ich habe dich gern. Und ich gehe jetzt wieder raus. Die Luft ist draußen. Und die ganze Zeit verfasst. Oh, Brille! Oh, Brille! Jetzt sind die Leute enttäuscht, weil da noch ein größerer Affe unter der Maske sich versteckt. Weisst du eigentlich, dass du ein extrem beschissener Schauspieler bist? Ich komme. Ich komme. Bye. Essens Isse. Ich geh. Bis zum nächsten Mal.